Viel Spaß mit vier zauberhaften Schwestern! Wenn du am Boden bist, wo Regen in dir ist, wir sind füreinander da. Family Entertainment im besten Sinne. Also Humor, Magie, viel Musik und natürlich auch große Emotionen. Es ist ziemliche Spannung drin. Wenn man einmal drin ist, dann will man da gar nicht mehr rausgehen. Eine große Schwesternliebe und es geht um Zusammenhalt. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt und ich bin so glücklich, dass ich jetzt hier sein kann. Ich freue mich, dass wir alle da sind. Ich glaube, alle sind sehr happy, dass wir heute endlich die Premiere feiern dürfen. Das ist, glaube ich, der Höhepunkt. Der Film war voll lustig und einfach zauberhaft. Wir sind groß. Vier zauberhafte Schwestern. abverstanden sein, dass wir heute verletzten. Geht das Schwestern. Auch bei Möjnhof-Möjnhof-Möjnhof-Möjnhof-Möjnhof-2014-möjnhof-Möjnhof-Möjn-OPS-Möjnen.